Jetzt noch mal in aller Ruhe, ja? Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Fahren Sie auch nach Budapest? Nein, mein Herr, wie ich gerade höre, fahre ich nach Ungarn. Budapest lebt doch in Ungarn. Doch, aber das ist ja super. Was zieht Sie eigentlich nach Budapest? Da steckt die Lokomotive.